dieser Gesellschaft und wir als Linke müssen hier für einen Ausgleich sorgen. Wir bereiten uns jetzt für den Bundestagswahlkampf vor. Und ihr wisst, wir sind die einzige Partei, die keine Großspenden aus der Wirtschaft bekommt. Wir werden also den Kampf um die größten Anzeigen und die meisten Plakate, den können wir nicht geben. Vielleicht aber können wir den Wettkampf um die am besten Argumentierenden, am überzeugendsten Wahlkämpferin gewinnen. Und deswegen sind wir auf euch angemessen. Deswegen sagen wir eins ganz klar, was wir wollen, ist ein Mitmachwahlkampf. Unsere Botschafter sind nicht zuallererst die großen Anzeigen, unsere Botschafter sind die Mitglieder und das seid ihr, liebe Genossen und Genossen. Ich glaube, wir sind ja manchmal so, als ob wir uns dafür schämen müssen, wenn wir jemanden als Mitglied werden. Das sind wir ein bisschen bescheiden. Aber in dieser Partei zu sein, das macht man doch nicht aus Masochismus, nicht wahr? Das ist ein sehr guter Gründer, in dieser Partei zu sein. Und wisst ihr, wenn ich eine Veranstaltung habe, da wäre ich dann auch oft angesprochen, Frau Killingmann, also Sie, die Partei, Sie müssten mal das und das machen und das muss doch endlich mal angesprochen werden. Und da sage ich immer, das ist eine gute Idee, sind Sie eigentlich schon mit dir bei uns, um diese tolle Idee mit umzusetzen? In Dortmund auf dem Marktplatz bin ich kritisiert, bei Ihnen in der Partei, da gibt es das und das und das, das gefällt mir nicht. Super, wissen Sie, was das Problem ist? Wir haben zu wenig Mitglieder, die so denken wie Sie. Ich habe immer ein Eindrucksformular dabei, wenn Sie das noch nicht sind, das kann man heilen, das Problem. Und ja, Frau Killingmann, lasst uns das wieder ausstrahlen, offensiv auf die Leute zugehen. Wir kommen jetzt in die Weihnachtszeit. Draußen steht groß dran, frohe Weihnachten. Lasst uns das doch klar sagen. Weihnachten, da kann man sich auch mal selber ein Geschenk machen, wer es sich bisher nicht geleistet hat, wer es sich bisher nicht gegönnt hat, Mitglied dieser Partei zu werden. Macht euch selber ein Geschenk, trittet ein in der Adventszeit. Und das gibt es gute Gründe dafür. Wir sind die einzige im Bundestag vertretene Partei, die für Unabhängigkeit von Finanz- und Konzernlobby steht. Wir sind die einzige Partei, die immer wieder den Finger in die sozialen Missstände legt und dann aber auch Alternativen entwickelt. Wir sind die einzige Partei, die immer wieder und konsequent Nein zu Kriegsansätzen gesagt hat, es tut nur, dass es keine Stürme des Friedens im Deutschen Bundestag gibt. Und wir sind die einzige Partei, die ganz klar gesagt hat, wir wollen eine Umverteilung, aber nicht von unten nach oben, wie sie die ganze Zeit läuft, sondern wir wollen eine Umverteilung von oben nach unten. Wir wollen, dass man wirklich die Reichen gesteuert. Und wir sagen das nicht nur vor der Wahl, wir sind die Partei, wo das Soziale auch nach der Wahl lebendig ist. Vielen Dank. Applaus Applaus